In den begleitenden Kapiteln auf meinen Seiten zu Physical Computing habe ich bereits gezeigt, wie man GPIOs schalten und Verbraucher daran anschließen kann. Momentan bin ich damit beschäftigt, die Software-Seite zu diesen Kapiteln aufzubauen, in denen ich beschreibe, wie man mit möglichst wenigen Codezeilen Roboter per Internet fernsteuern kann. Ein weiteres Projekt zur Reihe seht ihr hier. Es handelt sich um zwei Kleinstcomputer, mit deren Hilfe man Textnachrichten senden und empfangen kann. Damit die Rechenknechte mit Menschen interagieren können, sind an deren GPIOs Ein- und Ausgabegeräte angeschlossen. Das linke Terminal, das auf einem Arduino Uno basiert, ist möglichst einfach gehalten. Auf der Aufsteckplatine befindet sich eine 8x8 LED-Matrix zur Ausgabe von Daten und ein daneben angebrachter Taster dient der Eingabe von Text per Morsecode. Das rechte Terminal basiert auf einem Raspberry Pico. Verbunden sind ein Display mit einer Auflösung von 320x240 Pixeln sowie ein numerisches Tastenfeld. Die Buchstaben können durch mehrmaliges Drücken der Ziffern aufgerufen werden. Beide PCs verfügen ferner über eine Kommunikationsschnittstelle in Form einer Infrarot-LED und einem entsprechenden Sensor, womit Daten untereinander drahtlos ausgetauscht werden können. In einem vorangegangenen Video habe ich mit akustischen Signalen bereits gezeigt, welche Grundprobleme beim Datenaustausch zu beachten sind. Methoden, die beiden Rechner an das weltweite Netz anzuschließen, zeige ich demnächst. Wer verstanden hat, wie es geht, kann an dem Design des Gerätes arbeiten. Auf dieser Platine ist nur der Atmega328p Mikrocontroller des Arduino Uno verbaut und die LED-Matrix ist größer. Ich geb zu, auch dieses Design wird wohl kein Verkaufsschlager. Ich arbeite weiter daran. Der Datenaustausch per Infrarot-Schnittstelle läuft für Menschen unsichtbar und unhörbar ab und darin liegt ein Grundproblem betreffend der Sicherheit, denn man muss darauf vertrauen können, dass die beiden Rechner die gewünschten Daten und die Daten auswenden. unverfälscht und wirklich nur die gewünschten Daten miteinander austauschen. Was und wie die beiden Knechte untereinander so reden, wird von der darauf laufenden Software vorgegeben. Sicherer Datenaustausch kann also nur stattfinden, wenn der Quellcode der Software einsehbar ist und dieser nur so wenige Zeilentext umfasst, dass ein einzelner Mensch in der Lage ist, diesen zu lesen und zu verstehen. Fehler im Softwarecode können dazu führen, dass zusätzliche Befehle über die Datenschnittstelle eingeschleust werden, womit euer Rechner beginnt, Dinge zu machen, die nicht in eurem Interesse sind. Wie gesagt, ihr könnt Datenaustausch weder sehen noch hören, gleiches gilt für sämtliche Vorgänge in eurem Computer. Je mehr Codezeilen eine Software umfasst, umso mehr unerwünschte Angriffspunkte bestehen und umso sicherer könnt ihr euch sein, dass nicht alles, was euer Rechner macht, zu eurem persönlichen Wohl gereicht. Sogenannter Schadcode ist umso einfacher zu verstecken, je größer der Basiscode eines Betriebssystems ausfällt, denn es gilt, einen Baum versteckt man am besten im Wald. Benötigt ein Betriebssystem Gigabytes an Softwarespeicher und Gigahertz an Prozessorgeschwindigkeit, um diesen Wust abzuarbeiten, so handelt es sich nicht nur um einen Wald, sondern um einen Software-Dschungel. Um Sicherheit vorzutäuschen, wird zusätzliche Software mit blumigen Namen wie Virenscanner oder Spyware-Tool oben draufgepackt, Schlangenöl für die Schafe, der Dschungel wächst wild weiter. Neuste Modewörter der immer komplexer Industrie sind Quantenkommunikation und Blockchain. Bullshit Bingo, denn wie sichere Kommunikation mit einfachen Mitteln, die Betonung liegt aus bereits genannten Gründen auf einfach, aufgebaut werden kann, möchte ich demnächst Schritt für Schritt zeigen. Gedacht sind meine Anleitungen für künftige Schafhirten, weniger für die ängstlichen Schafe des Planeten, denn der Barbie-Spruch, aber es funktioniert einfach, muss lauten, aber wie funktioniert es eigentlich? Das bei dem Arduino-Computer der Text per Morse-Taste eingegeben werden muss, erscheint umständlich, zeigt aber ein weiteres Grundproblem digitaler Kommunikation auf. Je einfacher in der Handhabung, um so komplexer fällt üblicherweise die nötige Hard- und Software aus und somit um so weniger sicher ist ein System. Der hier zu sehende Quellcode des Arduino-Terminals ist wirklich kurz, beinhaltet aber alles, was nötig ist, um Text einzugeben, anzuzeigen und zu versenden. In dem an dem Raspberry Pico angeschlossenen Display ist ein weiterer Mikrocontroller verbaut und was dieser Chip außer dem Ansteuern der 76800 Pixel noch so alles macht, bleibt ein Geheimnis des Herstellers. Ja, meine lieben Schafe, je mehr Funktionen ihr aus eurem Hirn in eure angeblich smarten Helferlein auslagert, umso ferngesteuerter verläuft euer Leben. Das funktioniert wirklich einfach so. Das einfach, aber auch einfacher in der Handhabung sein kann, werde ich noch zeigen. Hab Geduld, denn niemand wird durch Angugger eines 5-Minuten-Videos zum digitalen Schafhirten. Die Reihe zu sicherer Kommunikation zwischen Computern ist schon lange auf meiner Liste der abzuarbeitenden Themen. Dass ich diese jetzt angehe, ist dem diesjährigen Hackaday Prize geschuldet, der nach neuen Lösungen, zur Anzeige und zum Austausch von Daten sucht. Viele Kapitel zu Physical Computing findet ihr bereits auf meinen Seiten, klickt mal rein, denn dort könnt ihr unter anderem den Quellcode der auf den beiden Terminals laufenden Software lesen. Ja, lesen, denn Videos zu Software machen wenig Sinn, schlicht und einfach weil man Programmieren nicht durch Angugge von Quelltext erlernt, sondern durch Lesen und Verstehen desselben. Und wer mich im weiteren Ausbau des frei verfügbaren Lernmaterials finanziell unterstützen möchte, kann gerne die Spenden-Schaltfläche auf meinen Seiten anklicken, vielen Dank an alle, die davon schon Gebrauch gemacht haben. Ich werde in künftigen Kapiteln zeigen, wie man Kommunikationsterminals möglichst einfach programmiert und zwar so, dass nicht gleich jeder Rechner mitlesen kann. In diesem Sinne, danke für...